Hey Lukas. Hey, wie geht's euch? Oder sollte ich lieber sagen, hallo Justin Bieber? Nein. Wie reagierst du, wenn deine Musik mal wieder mit der von Justin Bieber verglichen wird? Voll cool, erst ich mag ihn. Was machst du lieber, in der Schule sitzen oder im Tonstudio stehen? Im Tonstudio stehen. Dein absolutes Hassfach in der Schule? Ich glaube, das war deutsch. Hast du überhaupt noch Zeit und Bock, Hausaufgaben zu machen? Ich bin nicht mehr in der Schule. Stimmt es, dass du auf Ariana Grande stehst? Ich mag es auf jeden Fall. Was würdest du mit ihr machen wollen? Einen Song aufnehmen. Sonst nichts? Sonst nichts. Bist du immer noch auf der Suche nach einer Freundin? Ja, vielleicht. Die wichtigste Eigenschaft, die eine Frau haben muss? Sie muss lustig sein. Singst du eigentlich unter der Dusche? Ja. Bei Facebook suchst du jemanden zum Netflix gucken? Was ist deine Lieblingsserie? Prison Break. Welchen Snapchat-Filter benutzt du am häufigsten? Den Rentierfilter. Ohne welche App könntest du erleben? Instagram oder Musical.ly? Ohne Instagram. Was ist dein absoluter Lieblingssong, den du bei Musical.ly mal gesungen hast? Cold Water von Justin Bieber. Sing mal vor. Everybody gets high, sometimes you know. Danke. Findest du es nicht komisch, dass sich deine Fans Luki Naita nennen? Ich finde es cool. Was ist das Schlimmste, das du mal als Fan geschenkt bekommen hast? Ähm, ich glaube, da gab es nichts Schlimmes. Wie guckst du, wenn du morgens auf einmal ohne deine langen, blondierten Haare unter deiner Basecap aufwachst? So. Hast du es schon gesehen, was ich gemacht habe? Und nochmal. Danke, Lukas. Dankeschön. Danke, Lukas.